Die Firma Prüsa-Energienetze Resultiert dem Auftrag an 57 Kilogramm Feierspiel für unsere Gäste in Umbelau Das ist Umbelau, Daboya Und für Schifferstadt unser Imbrahmann Vladislav Wagner 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 Ravis, Ravis, Ravis! Ravis, Ravis! 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 Grüß Gott, Freunde, und er darf noch nicht Autofahren. Er darf in der Entrunde ringen, 17 Jahre alt, verherzt bis Gott aus. Unser Applaus ist auf Wagner.